Die Faktorregel wird als allgemeine Ableitungsregel recht häufig angewandt und wir dürfen sie bei allen Funktionsarten einsetzen. Man benutzt sie immer dann, wenn sich die Ausgangsfunktion als das Produkt von einem Faktor a und einer anderen Funktion u von x darstellen lässt. Dabei ist a eine reelle Zahl und u beinhaltet unsere Bezugsvariable x. Es hat sich bei den allgemeinen Ableitungsregeln eingebürgert, dass man nicht mehr u von x schreibt, sondern sehr verkürzt die Darstellung mit u wählt. Deshalb ist umso wichtiger zu wissen, dass wenn wir die kleinen Buchstaben u oder bei mehreren Funktionen auch v verwenden, wir immer Funktionen meinen. Die Faktorregel besagt nun, dass unsere Ableitung f' von x a mal u' ist. Das bedeutet, wir dürfen den Faktor einfach wieder davor schreiben. Wir ziehen ihnen im Prinzip hohe die Klammer. Zur Herleitung wird es ein eigenes Video geben und als nächstes stelle ich die Summenregel vor.